Die Vorlage bringt unseren Unternehmen Rechtssicherheit. Da können sie langfristig in diesem Land Wohlstand schaffen, investieren und Arbeitsplätze schaffen. Ohne diese Vorlage wäre grosse Rechtsunsicherheit. Der Druck aus dem Ausland würde so zunehmen, dass es sich für viele Firmen nicht verlohnen würde, um hier zu bleiben. Und was dann passiert, möchte ich mir gar nicht ausmalen.